hi und willkommen auf meinem kanal tortegames was ich eigentlich hier mache ist hier streamen von final fantasy zum beispiel oder lost ark früher oder ganz früher noch world of four herzlich zum thema was ich noch so streamen ist hier wie Nintendo sachen wie mario kart ja so eine richtung solche sachen und ich würde mich freuen wenn es ihr mich genau abonniert weil ich mache auch gern mit euch was noch gegen euch nachdem welches spiel ist man sieht man beim nächsten stream